Und ich begrüße jetzt meinen Kollegen Andreas Stamm in London. Herr Stamm, Boris Johnson will das bereits gültige Austrittsabkommen mit der EU also nochmal aufschnüren, obwohl es ja sozusagen sein Deal ist. Also für den hat er so gekämpft. Was treibt ihn nun an? Ja, er hat damals dafür gekämpft, weil er unbedingt den Brexit wollte, also den EU-Austritt. Der ist ja dann zum 31. Januar gekommen und er hat damit auch die Wahl gewonnen und sich fünf Jahre weiter als Premierminister gesichert. Was ihn jetzt antreibt, Spekulationen dazu gibt es viele. Ich würde es mal in drei Punkte zusammenfassen. Erstens, es ist so ein bisschen klassische Trump-Politik. Ich mache erstmal alles kaputt, ich haue überall drauf, verursache absolutes Chaos und dann an den Verhandlungstisch zurückzukehren und hoffen, dass die Gegner so verwirrt sind am anderen Ende des Tisches, dass sie Zugeständnisse machen, die sie vorher vielleicht nicht gemacht hätten. Zweitens, es ist wirklich die Vorbereitung auf einen No-Deal, also auf einen Brexit, ohne einen Vertrag über die künftigen Beziehungen mit all den Konsequenzen wirtschaftlich, politisch, die Sicherheitszusammenarbeit, also in Fragen von Grenzsicherung, von Antiterror und so weiter und so fort. Das wäre natürlich ein fatales Signal, aber es kann sein, dass die Regierung Johnson sozusagen aufgegeben hat, einen Kompromiss mit Europa zu suchen. Oder aber drittens, und es ist auch nicht ausgeschlossen, ist vielleicht eher auf der Oppositionsseite hier in London zu hören. Es ist einfach totaler Realitätsverlust. Man muss dann nur mal sehen, wie das in Schottland ankommt, wo ja die SNP, die dort regierenden schottischen Nationalisten, ja wieder nach Unabhängigkeit streben. Und für die ist das natürlich Wasser auf die Mühlen, die jetzt sehen, okay, dieser Mann, diese Regierung ist einfach nicht mehr tragbar und wir wollen weg und die schottischen Nationalisten haben Aufwind, das wird weiteren Aufwind geben, die Union in Gefahr. Also es ist auf jeden Fall ein starkes Stück, was Boris Johnson hier gerade abzieht. Ja, also für Verwirrung hat er in jedem Fall gesorgt. Mit einem Bruch des Vertrags werde auch Vertrauen untergraben. Das hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute auf Twitter betont. Schreckt Johnson eine weitere Vertrauenskrise mit der EU denn so überhaupt nicht ab? Kann sich Großbritannien das aktuell leisten? Eigentlich nicht. Denn man steckt ja eben in diesen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen. Man muss sich mal noch mal vor Augen führen. Und 50 Prozent aller Im- und Exporte, also alles, was nach Großbritannien rein und raus geht wirtschaftlich, kommt und geht nach Europa in die EU. Das ist der mit Abstand größte Handelspartner. Man steckt in einer tiefen Corona-Rezession. Und da jetzt obendrauf ein No-Deal-Brexit, von dem die Autoindustrie, die chemische Industrie, also hier noch blühende Industriezweige, aber auch andere sagen, das können wir nicht verkraften. Da fragt man sich, wie will man da Vertrauen schaffen? Denn das Vertrauen braucht es natürlich in solchen Verhandlungen. Und nicht nur Ursula von der Leyen, sondern auch andere in Europa sagen, wir können den Briten nicht vertrauen. Dann kann man doch diesen Vertrag, diesen wichtigen Vertrag gar nicht mehr hinbekommen, bei dem sowieso die Zeit davonläuft. Es muss ja eigentlich bis Ende Oktober, sagt Michel Barnier, der Chefunterhändler, aber auch bis Mitte Oktober, hat dann Boris Johnson gestern gesagt, also die überbieten sich da mit Ultimaten eigentlich eine Lösung her. Aber ohne Vertrauen sieht das ganz, ganz schlecht aus. Für Johnson-Pläne gibt es viel Kritik. Wie sieht es denn in seinen eigenen Reihen aus? Ja, man muss sich da gestern ein Bild vor Augen führen. Da steht der Minister für Nordirland-Angelegenheiten im Unterhaus im Parlament und erklärt, ja, das, was wir da vorhaben, ist ein Bruch internationalen Rechts. Ja, vielleicht nicht so kleiner und nicht so ganz so schlimm, aber es ist ein Bruch. Und dann schaut man in die Augen und in die Gesichter der Abgeordneten der konservativen Partei, da sieht man Verwunderung. Dann erhebt sich Theresa May, die ehemalige Premierministerin, die ja drei Jahre mit Europa um den Brexit gekämpft hat und fragt, wer will denn uns noch Vertrauen schenken, wenn wir so ein Ding abziehen auf internationale Bühne? Mit wem wollen wir denn in Zukunft Partnerschaften, Handelspartnerschaften, egal was, gründen, wenn die alle denken, naja, die unterschreiben einen Vertrag und sagen, ein paar Monate später passt uns jetzt nicht mehr. Das ist Vertrauensverlust. Auch John Major, ein weiterer konservativer Premier, also ein Vorgänger von Boris Johnson, hat sich heute geäußert und in dasselbe Horn gestoßen. Das beschädigt die internationale Reputation Großbritanniens auf lange Sicht und viele, viele, viele sind hier sehr, sehr besorgt. Und während der verbalen Eskalation zwischen den Spitzen in London und Brüssel sind ja die eigentlichen Verhandlungen über den Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU heute fast in den Hintergrund gerückt. Wie kam man denn da voran? Was wissen Sie darüber? Ja, Michel Barnier ist seit heute in der Stadt und es ist ein Kurzbesuch. Schon morgen sollte da eigentlich weißer Rauch aufsteigen, denn die Zeit drängt. Aber man kann sich vorstellen, wie die beiden sich jetzt gegenüber sitzen. Die Streitpunkte sind die alten geblieben. Es geht um Fischereirechte. Die Briten wollen nicht mehr, dass die Europäer in den britischen Gewässern so viel fangen, wie sie vorher durften. Die Europäer wollen das beibehalten. Das wird man lösen können, auch wenn es bis jetzt noch keinen Kompromiss gibt. Aber das zweite große Thema eben staatliche Subventionen für Unternehmen. Da wird man keinen Schritt weiterkommen, denn im Moment hat man nicht das Gefühl, dass es irgendeine Kompromissbereitschaft von Boris Johnson, von der britischen Regierung gibt. Michel Barnier hat in der Vergangenheit Kompromissbereitschaft gezeigt, ist auf die Briten zugegangen. Aber im Moment kann man nicht sehen, wie diese Verhandlungen auch nach dieser Overtüre in der Woche, erstmal das Ultimatum Johnsons, man muss sich jetzt einigen, ansonsten stehen wir vom Verhandlungstisch auf, und dann noch dieses Gesetzesvorhaben, wie da Verhandlungen vorankommen sollen, ist allen hier ein Rätsel. Also für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es nun doch noch zu einem No-Deal kommen wird? Es ist ja immer ein guter Indikator, in die Wirtschaft zu schauen, in die Börsen, die wirklich dann betroffen werden, wo es dann um viel Geld geht, was innerhalb von Minuten, von Stunden, wenn sowas bekannt wird, verrutscht. Und da sind viele noch ruhig, denn am Ende des Tages wissen eigentlich alle, beide Seiten brauchen diesen Deal. Es ist ein Deal, der wichtig ist für die Wirtschaft, für die zukünftigen Beziehungen. Was würde denn übrig bleiben, wenn man sich nicht einigen könnte? Dann hätte man ein feindliches Europa, ein feindliches Großbritannien vor der Haustür. Der Ärmelkanal bleibt weiterhin ungefähr 40 Kilometer, das verschiebt sich ja nicht. Und man ist ja in so vielen internationalen Streitigkeiten, Iran oder auch sonst wo, aufeinander angewiesen. Also eigentlich brauchen beide Seiten einen Deal und so hofft man, dass es dann doch alles nur Taktik ist. Die Europäer sind auch relativ ruhig geblieben für diese Hiobsbotschaften aus London, und dass man einfach das Austrittsabkommen, um das man so lange gerungen hat, einfach, dass man es jetzt vom Tisch einfach wegwerfen will. Und man ist ruhig geblieben, aber das ist Hoffnung. Am Ende des Tages, wenn es so weitergeht, dann wird die Zeit nicht reichen, das sagen viele Handelsexperten. Und dann wird vor allen Dingen der gute Wille und das Vertrauen nicht reichen, um noch wirklich einen Vertrag und einen anständigen Vertrag zu finden über die künftigen Beziehungen. Und dann steht am 31. Dezember, 1. Januar, dieser No-Deal mit all seinen Konsequenzen. Die Einschätzung von Andreas Stamm. Vielen Dank nach London.